Als ich noch sehr jung war, ließen sich meine Eltern aus charakterlichen Gründen scheiden. Das war ein sehr schwerer Schlag für mich, und ich fühlte mich sehr verwirrt und einsam. Ich begann, introvertiert zu werden und konnte meine Gefühle und Emotionen nicht sehr gut ausdrücken. Ich dachte oft, dass ich lieber nicht heiraten würde, wenn die Ehe für die Menschen so schwierig wäre. Als ich älter wurde, hatten viele Paare in meiner Umgebung Konflikte und Probleme. Ich habe das Gefühl, dass die Ehe eine sehr komplizierte Beziehung ist, die viel Energie und Zeit in Anspruch nimmt. Ich hatte Angst, dass ich diesem Druck und diesen Herausforderungen nicht gewachsen sein würde. Aber alles änderte sich, als ich meinen Mann kennenlernte. Er ist ein ganz wunderbarer Mensch. Er konnte mir viel Sicherheit geben, sodass ich das Gefühl hatte, ich könnte ihm vertrauen und mein Leben mit ihm teilen. Wir fingen an, uns kennenzulernen und bauten allmählich eine starke Beziehung auf. Im Alter von 36 Jahren beschloss ich schließlich, ihn zu heiraten. Obwohl wir viele Probleme und Herausforderungen hatten, haben wir sie immer gemeinsam gemeistert. Ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, und ich habe das Gefühl, dass ich das wahre Glück gefunden habe. Ein Jahr nach Beginn unserer Ehe wurde ich schwanger. Mein Mann und ich waren vor Aufregung und Glück überwältigt, denn es bedeutete, dass wir bald ein eigenes Kind haben würden. Meine Familie war ebenso aufgeregt und alle freuten sich auf die Ankunft des neuen Babys. Als jedoch die Wehen einsetzten, wurde alles extrem schwierig. Mein Gebärmutterhals weitete sich nicht richtig, was mir starke Schmerzen bereitete. Ich hatte das Gefühl, dass mein Körper an seine Grenzen stieß. Trotz aller Bemühungen der Ärzte, mir zu helfen, verbesserte sich die Situation nicht. Die Zeit verging, ich wurde bewusstlos, und es schien, dass ich die Schmerzen und Qualen nicht mehr ertragen konnte. In dieser Situation unternahmen die Ärzte immer wieder Schritte. Um hoffentlich meine Schmerzen zu lindern. Während dieser schwierigen Wehen befand ich mich in einem ständigen Zustand der Panik. Ich wusste nicht, was als nächstes passieren würde. Plötzlich tauchte ich in eine Dunkelheit auf. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Herz stehen bleiben. Ich geriet in Panik, denn das bedeutete, dass mein Leben langsam verschwand. Obwohl ich in der Dunkelheit war, konnte ich die Schwäche und Hilflosigkeit meines Körpers spüren. Ich konnte nur noch meinem Schicksal lauschen. Ich wusste nicht, wie es weitergehen würde, aber ich hoffte, dass ich weiterleben konnte. Ich hörte die letzten Worte des Arztes, ihr Herz hatte aufgehört zu schlagen. Ich schwebte in diesem dunklen Raum, ohne Richtung und Ziel. Plötzlich tauchte vor mir eine Tür auf. Die Umrisse dieser Tür waren deutlich zu erkennen, und sie öffnete sich langsam. Ein gleißendes Licht ging von der Tür aus. Ich hatte das Gefühl, dass der ganze Raum erleuchtet war, als hätte sich die ganze Dunkelheit aufgelöst. Das Licht gab mir ein sehr angenehmes und warmes Gefühl, so als ob es mich willkommen hieße. Ich konnte die Energie des Lichts spüren, die mich ständig heilte. Ich spürte eine große Entspannung und Erleichterung für meinen Geist. Ich zögerte nicht, durch diese Tür zu gehen. Als ich durch diese Tür trat, sah ich einen wunderschönen Garten. Der Garten war voller Blumen in allen Farben, jede mit einem schwachen weißen Licht, das ihre Blütenblätter umstrahlte. Die Atmosphäre in diesem Garten war sehr einladend und beruhigend. Hier gab es viele Blumensorten, die ich noch nie gesehen hatte, geschweige denn, dass ich sie beschreiben könnte. Der Duft der Blumen erfüllte die Luft. Der Himmel hatte eine Farbe, die ich noch nie gesehen hatte, er war so klar, dass er alles zu durchdringen schien. Plötzlich tauchte ein Mann vor mir auf. Als ich die Person ansah, erkannte ich, dass mir das Gesicht sehr vertraut war. Es war meine Tante. Sie war vor zehn Jahren gestorben. Aber hier war sie noch schöner. Als ich sie in Erinnerung hatte. Meine Tante sah mich mit einem Lächeln an. Ich sah auch andere Familienmitglieder. Mein Urgroßvater starb, bevor ich geboren wurde, aber ich weiß, dass er es war. Ich konnte seine Liebe und Aufmerksamkeit spüren. Ihre Anwesenheit gab mir ein warmes Gefühl. Als ich mich umdrehte, war der Anblick, der sich mir bot, sehr schockierend und unerwartet. Ich sah meine verstorbene Mutter, die mich verlassen hatte, als ich 17 Jahre alt war. Ich habe sie immer vermisst, vor allem, wenn ich mit Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert war. Meine Mutter kümmerte sich nach meiner Scheidung um mich, und wir verbrachten viele unvergessliche Momente miteinander. Erst nach ihrem Tod lebte ich bei meinem Vater. Damals war ich ein rebellischer Teenager, und meine Mutter und ich stritten uns ständig wegen Kleinigkeiten. An dem Tag, an dem sie starb, hatten wir einen heftigen Streit über eine Studienfrage. Ich befand mich damals in einer rebellischen Phase und hatte immer das Gefühl, dass meine Mutter mein Herz nicht verstehen konnte. Während dieses Streits sagte ich zu ihr, ich hasse dich, und ich sagte viele Dinge, die sie verletzten. Am Abend packte ich leise meine Sachen und verließ heimlich das Haus. Am nächsten Morgen wandte sich mein Vater an meine Lehrerin. Mein Vater erzählte mir, dass meine Mutter bei einem Autounfall gestorben war. Damals konnte ich die Nachricht nicht verkraften und mir nicht verzeihen, was ich zu meiner Mutter gesagt hatte. Später erfuhr ich, dass meine Mutter herausgefunden hatte, dass ich nicht zu Hause war, kurz nachdem ich gegangen war. Sie fuhr draußen herum und suchte nach mir. Aber auf dem Weg dorthin wurde sie in einen schweren Autounfall verwickelt. Wenn ich mich an diesen Moment der Trauer erinnere, kann ich mich immer noch nicht beruhigen. Ich habe so viele verletzende Dinge zu meiner Mutter gesagt, als ich mich mit ihr gestritten habe. Jetzt weiß ich, dass es das Dümmste war, was ich je getan habe. Meine Mutter ist so plötzlich gegangen. Und ich hätte nie gedacht, dass sie mich verlassen würde. Ich hatte keine Gelegenheit, mich bei ihr zu entschuldigen und ihr zu zeigen, dass ich sie wirklich liebe. Durch den Vorfall fühlte ich mich schuldig und verloren. Wenn ich an den Streit mit meiner Mutter an diesem Abend denke, bereue ich das sehr. Später versicherte mir mein Vater immer, dass es nicht meine Schuld war. Aber ich wusste, dass ich mir nie wirklich verzeihen konnte, weil ich keine Gelegenheit hatte, mich bei meiner Mutter zu entschuldigen oder ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe. Jetzt, wo sie direkt vor mir steht, kann ich meinen Augen nicht trauen. War das echt? Oder habe ich nur geträumt? Meine Mutter lächelte, streckte die Hand aus, streichelte mein Haar und sagte, das ist echt, meine Tochter. Wir sprachen über den Tag, an dem sie starb, und ich entschuldigte mich immer wieder bei ihr. Denn ich hatte mich sehr schuldig gefühlt. Meine Mutter beruhigte mich und sagte, nein, es ist nicht deine Schuld. Es ist nur so, dass meine Zeit gekommen ist und ich gehen muss. Als ich diese Worte hörte, fühlte sich mein Herz sehr schwer an. Meine Mutter nahm mich in die Arme und umarmte mich herzlich, so wie sie es als Kind getan hatte. Ich fühlte mich von einer starken Kraft umgeben, die mich sehr warm werden ließ. In diesem Moment spürte ich, wie das Gewicht in mir gelindert wurde. In diesem Moment spürte ich die Zeit nicht und wir unterhielten uns weiter. Ich fragte meine Mutter, ob sie mir für etwas, das ich früher getan hatte, böse sei. Sie antwortete, nein, solche Dinge haben hier keinen Sinn. Schließlich sagte sie mir, dass sie für mich da sein würde, aber dass ich jetzt zurückgehen müsse, weil meine Zeit noch nicht gekommen sei. Ich sagte ihr, dass ich nicht zurückgehen und hier bei ihr bleiben wolle. Sie tätschelte mir sanft die Hand. Dann sagte sie mir, dass meine Mission noch nicht erfüllt sei und dass ich noch auf die Erde zurückkehren müsse, um meine Reise fortzusetzen. Dann erinnerte mich meine Mutter daran, dass ihre Ehe mit meinem Vater gescheitert war und sie wusste, welchen Schaden sie bei mir angerichtet hatte. Aber sie wollte trotzdem, dass ich mein eigenes Glück finde. Sie gab mir einige Ratschläge zur Ehe. Sie sagte mir, dass man sich in der Ehe gegenseitig vertrauen und toleranter sein müsse. Man dürfe nicht so sein wie sie und mein Vater, die sich gegenseitig misstrauisch und verletzend gegenüberstanden. Ich war dankbar für den Rat meiner Mutter und versprach, hart an meiner Ehe zu arbeiten. Nachdem ich die anderen Verwandten zum Abschied umarmt hatte, fragte ich meine Mutter neugierig, wie ich zurückgehen sollte. Meine Mutter sagte mir sanft, dass sie mich zurückbringen würde. Als wir im Garten spazieren gingen, sprachen wir über viele Dinge aus meiner Kindheit. Ich erinnerte mich an eine lustige Sache. Damals war ich etwa acht Jahre alt. Meine Mutter zwang mich, mir die Hände zu waschen, und ich ließ aus Versehen die Seife in die Toilette fallen. Ich hatte solche Angst, beschuldigt zu werden, dass ich die Seifenschachtel ebenfalls in die Toilette warf, in der Hoffnung, meinen Fehler zu vertuschen. Das Ergebnis war, dass die ganze Toilettenschüssel verstopft war. Meine Mutter und ich haben beide laut gelacht. Bald darauf standen wir vor der Tür. Ich ging langsam auf die Tür zu und fühlte eine unerklärliche Welle der Traurigkeit in mir aufsteigen. Meine Mutter stand neben mir und umarmte mich ganz fest. Als wir uns trennten, lag Liebe in ihren Augen. Sie sagte mir, dass ich immer an sie denken könne, wenn ich sie bräuchte, und dass sie immer für mich da sein würde. Ich versicherte ihr, dass ich mit meinem Leben weitermachen würde. Schließlich küsste mich meine Mutter auf die Stirn und klopfte mir auf die Schulter. Dann ging ich durch die Tür. Meine Mutter verschwand langsam aus meinem Blickfeld. Als mein Geist in das Krankenhaus zurückkehrte, sah ich mich in einem Krankenhausbett liegen. Mehrere Ärzte und Krankenschwestern standen um mich herum. Sie führten gerade einen Kaiserschnitt an mir durch. Zu diesem Zeitpunkt bekam ich Angst. Weil ich nicht wusste, wie ich wieder in meinen Körper kommen sollte. Ich suchte nach einer Möglichkeit, meine Seele wieder mit meinem Körper zu vereinen, aber alles war sehr schwierig. Ich schloss meine Augen und begann zu Gott zu beten. Ich hoffte, dass Gott mir helfen würde, denn mein Sohn brauchte mich noch. Meine Gebete wurden von Gott erhört. Ich spürte, wie meine Seele in meinen Körper zurückkehrte. Zuerst fühlte sich mein Körper ein wenig schwer an, aber ich gewöhnte mich schnell daran. Als ich meine Augen öffnete, war es Mittag des nächsten Tages. Meine Familie war sehr froh, mich wach zu sehen. Ich bemerkte meinen Mann, der sich neben mir versteckte und sich heimlich die Tränen aus den Augen wischte. Mir wurde warm ums Herz, denn es war das erste Mal, dass ich ihn weinen sah. Ich fragte ihn, was passiert sei. Er erzählte mir, dass ich während der Wehen viel Blut verloren hatte und dass mein Herz eine Zeit lang nicht mehr schlug. Als ich meinen Sohn zum ersten Mal sah, war ich überwältigt. Er lag ganz ruhig in seinem Bettchen und sah so süß aus. Ich näherte mich ihm vorsichtig und versuchte, sein Gesicht zu streicheln. Seine Haut war so weich. Sein Haar war sehr weich, wie Schafswolle. Seine Augen waren fest geschlossen und seine kleine Nase war leicht gerümpft, als würde er träumen. Ich sah ihn an und weinte weiter. In diesem Moment fühlte ich mich so glücklich. Jetzt sitze ich still im Wohnzimmer, schaue aus dem Fenster und frage mich, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn ich auf die Zeit von seiner Geburt bis heute zurückblicke, ist mein Herz voller Gefühle. Er ist ein sehr gehorsames Kind und sehr freundlich, immer bereit, anderen zu helfen. Ich bin sehr glücklich und stolz darauf, wie er sich entwickelt hat. Aber ich denke auch oft an meine Mutter, die ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben war. Obwohl sie schon vor langer Zeit verstorben ist, habe ich immer noch das Gefühl, dass sie an meiner Seite ist und in aller Stille über mich und meine Familie wacht. Ich weiß, dass sie auf mich gewartet hat und dass wir im Himmel wieder zusammen sein werden. Irgendwann in der Zukunft werde ich zu ihr zurückkehren. Das gibt mir ein sehr warmes und tröstliches Gefühl und lässt mich jeden Tag, der vor mir liegt, noch mehr schätzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!